Jetzt zum letzten Teil der Konferenz können wir als ersten Redner Arne Semsroth begrüßen, der das Portal Frag den Staat gemäß auch seines Sweatshirts betreut bei der Open Knowledge Foundation. Er ist auch bei Transparency Deutschland und leitet die AG Wissenschaft dort, was ja passt zu dem letzten Vortrag wiederum mit den Plagiaten und ist Mitglied des Whistleblower Netzwerks und wird über das Thema Informationsfreiheitsgesetz reden, das uns ja jetzt schon eigentlich die ganzen Tage auch begleitet. Dann viel Spaß. Dankeschön. Genau, zehn Jahre Informationsfreiheitsgesetz. Dieses Jahr ist ein Jubeljahr der Informationsfreiheit. Das haben wir so schnell nicht wieder. Zehn Jahre auf Bundesebene und ich kann super anknüpfen an den Vortrag von eben, weil, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, nicht alles schlecht war unter zu Guttenberg. Guttenberg hat nämlich, auch wenn er das nicht wollte, für die Informationsfreiheit ziemlich viel getan. Da komme ich dann aber später noch dazu. Zehn Jahre Informationsfreiheitsgesetz. Der Vortrag gliedert sich in drei Teile. Informationsfreiheit in drei Akten und wir fangen gleich an mit Akte 1. Das ist die Revolution. Das Informationsfreiheitsgesetz ist im Prinzip ein revolutionäres Gesetz im Kern und das ist es deswegen, weil der Default in der Informationspolitik in der deutschen Verwaltung geändert wird. So die Tradition des preußischen Obrigkeitsstaates ist es immer gewesen, dass alle Informationen, die bei staatlichen Behörden liegen, grundsätzlich erstmal verschlossen sind. Es sei denn, Antragsteller haben ein berechtigtes Interesse, diese Informationen zu bekommen. Und das Informationsfreiheitsgesetz ändert diesen Default einmal grundlegend. Und jetzt ist es so, dass alle Informationen, die bei staatlichen Stellen liegen, grundsätzlich herausgegeben werden müssen, es sei denn, es gibt ein berechtigtes Interesse, diese Informationen nicht herauszugeben. Das heißt, der Grundsatz, und das ist dann wirklich das Revolutionäre daran, der ist geändert. Und das bezieht sich grundsätzlich erstmal auf alle Informationen. Alle Arten von Informationen, die bei staatlichen Stellen liegen, müssen herausgegeben werden. Alle Personen, ob juristisch oder natürlich wirklich jede Person, hat das Recht, Anfragen zu stellen und das gleiche Recht, Informationen zu bekommen von Behörden. Das heißt, es ist egal, ob man volljährig ist oder nicht. Es ist egal, was für einen Pass man hat. Es ist egal, wo man wohnt. Wirklich alle Personen. Und alle Behörden müssen Auskunft geben. Da gibt es ein paar Einschränkungen, da kommen wir dann noch zu. Aber grundsätzlich erstmal alle Behörden müssen Auskunft darüber geben, wie sie Informationen speichern und die dann auch herausgeben. Und dabei geht es im Grunde um Herrschaftswissen. Das heißt, es geht darum, dass wiederum preußischer Obrigkeitsstaat das Wissen grundsätzlich erstmal nur einer kleinen Elite vorbehalten war. Das heißt, nur Politik und Verwaltung hatte ursprünglich den Zugriff auf Informationen, die beim Staat liegen. Und das sind natürlich enorme Wissensschätze. Und dieses Herrschaftswissen, das nur wenigen Personen zugänglich war, soll jetzt durch das Informationsfreiheitsgesetz der gesamten Öffentlichkeit, der gesamten Gesellschaft öffentlich werden, zugänglich werden. Und da gibt es dann wirklich kaum Begrenzungen darüber, was für Arten von Informationen das sind. Das heißt, so ganz klassisch sind natürlich Vermerke und Gutachten, die bei Behörden liegen. Aber es geht noch viel weiter. Auch Fotos und Videos, das heißt unabhängig von ihrer Speicherung, Informationen, die bei Behörden liegen, müssen herausgegeben werden. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, was für Videos Polizeien auf Demonstrationen aufnehmen, auch diese Videos fallen grundsätzlich erstmal unter das Informationsfreiheitsgesetz und können angefragt werden. Auch Briefwechsel, auch SMS, unabhängig von ihrer Speicherung, müssen herausgegeben werden. Das heißt, man kann zum Beispiel herausfinden, was sendet die Bundeskanzlerin oder was sendet der Innensenator so an andere Referate in anderen Ministerien oder was kriegt der für Post zum Beispiel von Lobbyisten? Wie kommt ein Gesetz zustande und welche Korrespondenzen, sofern sie denn schriftlich festgehalten sind, irgendwie reproduzierbar sind? Welche gibt es denn da? Da hat man das Recht, das zu bekommen. Oder Karten und Pläne oder auch Stiftungssatzungen und Verträge. Das heißt, nicht nur Informationen, die erstmal selbst von Behörden erstellt worden sind, anfragbar, sondern grundsätzlich alle Informationen, die bei Behörden liegen. Und Stiftungssatzungen gehören auch dazu. Also zum Beispiel die Stiftungssatzung der Friede-Springer-Stiftung. Friede-Springer-Stiftung, eigentlich eine private Stiftung, aber genauso wie alle anderen Stiftungen auch, muss die ihre Satzung bei der Stiftungsaufsicht bei einer Behörde eingeben, wenn sie anerkannt werden soll als gemeinnützig. Damit liegt dann diese Satzung vor bei der Behörde und damit muss sie dann auch herausgegeben werden. Das erzähle ich gerade diese Friede-Springer-Stiftung als Beispiel, weil wir die Satzung angefragt haben und veröffentlicht haben vor knapp einem Jahr und uns die ein bisschen genauer angeguckt haben. Und da stand dann drin, dass das Kuratorium der Friede-Springer-Stiftung jeweils alle Personen, die da Mitglied sind, jeweils 10.000 Euro im Jahr bekommen für ihren Dienst. Mal mal nachgeguckt, wer sitzt denn so im Kuratorium der Stiftung? Und das ist zum Beispiel Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident. Das ist auch Joachim Sauer, der Ehemann von Angela Merkel. Der bekommt jedes Jahr 10.000 Euro von Deutschlands mächtigster Verlegerin. Ich habe ein paar weitere Beispiele mitgebracht, um ein bisschen zu zeigen, was denn Informationsfreiheit so bringen kann im Konkreten. Zum Beispiel zur Bundeswehr. Wir haben letztes Jahr nämlich mal angefragt, wo die Bundeswehr ihre PR-Kampagnen so fährt. Ihr kennt ja alle diese Kampagnen, mach was wirklich zählt und diese neue Kampagnen zur Gewinnung digitaler Kräfte. Die Bundeswehr versucht stark, gerade junge Leute dazu zu kriegen, bei der Bundeswehr zu arbeiten, weil die ganzen Bundeswehrdienst, wie heißt das, Wehrdienstleistenden nicht mehr dabei sind. Und wir haben mal angefragt, wo in Berlin hat denn die Bundeswehr überall plakatiert. Haben dann 60 Word-Seiten bekommen mit den jeweiligen Adressdaten, haben das auf eine Karte gepackt und konnten sehen, dass es vor allem drei Bereiche gibt, in denen die Bundeswehr plakatiert in Berlin. Und das sind zum einen Schulen, vor allem weiterführende Schulen. Das heißt, vor Gymnasien wird vor allem Werbung gemacht, das zweite sind Universitäten. Das heißt, alle Hochschulen in Berlin sind besonders eingedeckt von solcher Werbung. Und das dritte sind McFit Fitness Studios. Das heißt, wenn man in Berlin so eine Karte, so ein Plakat sieht von der Bundeswehr, dann ist man entweder in der Nähe von einer Schule, einer Hochschule oder ein McFit ist in der Nähe. Oder zum Beispiel das hier, Ausweise von Lobbyisten im Bundestag. Der Bundestag hat bis vor kurzem eigene Hausausweise vergeben für Lobbyisten. Man konnte sich da registrieren bei den Fraktionen. Und die Fraktionen konnten dann solche Hausausweise, solche grünen Hausausweise, frei an Lobbyisten vergeben. Und mit so einem grünen Ausweis kam man dann immer frei rein in den Bundestag und wieder raus. Das heißt, man musste sich nicht extra registrieren, wie man das gewöhnlich muss, wenn man zum Beispiel einen Termin hat mit einem Abgeordneten, sondern man konnte einfach rein und rauslaufen, wie es einem so gefiel. Und die Organisation Abgeordnetenwatch wollte nun vom Bundestag wissen, wer denn alles so einen Ausweis bekommen hat. Und der Bundestag hat sich lange dagegen gewehrt. Das war vor allem die CDU, CSU-Fraktion, aber auch die SPD hatte sich länger gewehrt, diesen Namen herauszugeben der Organisation, an denen sie was gegeben hatten. Dann hat Abgeordnetenwatch geklagt. Und zum Klagen komme ich später noch. Und das Verwaltungsgericht und später das Oberverwaltungsgericht haben klar gesagt, diese Namen müssen herausgegeben werden, was dazu geführt hat, dass nicht nur der Bundestag letztlich die Namen von 3000 Organisationen herausgegeben haben, die so einen Ausweis bekommen haben, sondern vor allem letztlich diese Praxis eingestellt hat. Dadurch, dass nämlich öffentlich geworden ist, wer solche Ausweise bekommen hat, war es überhaupt erst möglich, eine Diskussion darüber zu führen, wie es denn sein kann, dass einzelne Personen privilegierten Zugang haben zum Bundestag und andere nicht. Und diese Diskussion war letztlich so stark, dass der Bundestag Hausausweise für Lobbyisten grundsätzlich abgeschafft hat. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Beweis dafür, was für eine Macht einfach hinter dem konsequenten Nachfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz steht. Damit kann man dann tatsächlich etwas verändern. Ein bisschen länger her schon, aber trotzdem eins der tollsten Beispiele für Informationsfreiheit in Deutschland ist das Abendessen von Josef Ackermann im Bundeskanzleramt. Der ehemalige Chef von der Deutschen Bank, als er noch Chef war, hat seinen 60. Geburtstag im Bundeskanzleramt gefeiert, gemeinsam mit Angela Merkel und so einigen anderen Firmenbossen und Verlegern und so weiter. Und da wollte Thilo Bode, der Chef von Foodwatch, wissen, wer denn alles teilgenommen hat an diesem Abendessen. Immerhin war es im Kanzleramt und damit müsste das auch eine staatliche Information sein. Da hat sich das Kanzleramt auch gewehrt dagegen, aber weil er geklagt hat über zwei Instanzen und das Oberverwaltungsgericht gesagt hat, diese Infos müssen rausgegeben werden, wurden sie letztlich herausgegeben. Und das Wochenmagazin Der Freitag hat dann ein kleines Gesellschaftsspiel aus der Sitzliste gemacht und dann kann man ganz gut sehen, wer so alles dabei ist und wo saß. Und vor allem, das finde ich jetzt fünf Jahre danach ganz interessant, wer von diesen Personen, die teilgenommen haben, inzwischen zum Beispiel wegen Korruption verurteilt wurden von Gerichten. Weiteres schönes Beispiel. Grundsätzlich kann man sehr gut nach dem Informationsfreiheitsgesetz, also nach dem IFG herausfinden, wie genau gezahlt wird für Leistungen, die von Privaten für den Bund zum Beispiel erbracht werden. Und das hier ist eine kleine Auflistung dafür, wie viel das Logo da oben gekostet hat. Deutschland hat ja letztes Jahr den G7-Gipfel gehostet in Süddeutschland und dazu musste ein Logo entworfen werden, das insgesamt fast 50, 60, 70, 80.000 Euro gekostet hat. Das war ursprünglich eigentlich ein bisschen billiger, aber dann kam die Krim-Krise und Russland ist rausgeflogen aus der G8. Dann war es nur noch die G7 und dann musste das Logo natürlich geändert werden. Das hat dann nochmal über 20.000 Euro dazu gekostet. Und man kann das auch sehr gut am Logo sehen. In der Mitte ist ja so eine kleine Lücke. Ich glaube, da war mal Russland. Das ist dann rausgenommen worden. Das hat dann nochmal 20.000 Euro gekostet. Und das, man kann es kaum lesen, ist was, was wir vor drei Monaten veröffentlicht haben. Das ist der Hauptbericht über die Evaluation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Ruanda. Vor 22 Jahren war der Völkermord in Ruanda, wo knapp 800.000 Menschen umgebracht wurden. Und Deutschland hatte da eine besondere Rolle, weil Deutschland sehr lange, über viele Jahrzehnte eine besondere Zusammenarbeit im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mit Ruanda hatte, aber nichts unternommen hat gegen diesen Völkermord. Weder während er passierte noch davor und auch danach eigentlich sehr wenig dazu gemacht hat. Es gab aber diese interne Evaluation darüber, wie Deutschland sich verhalten hat, die 1998 abgeschlossen wurde und erst in diesem Jahr durch uns veröffentlicht wurde. Und was sehr interessant ist, ist da drin zu sehen, dass Deutschland sich im Prinzip mitschuldig gemacht hat an diesem Völkermord, weil es viele Berichte von damals GTZ, inzwischen heißt die GIZ, Mitarbeitern gab, die an die Botschaft gefunkt haben. Hier gibt es einzelne Massaker, die politische Stimmung heizt sich auf, wir müssen da was tun. Und ganz klar wird in der Evaluation auch gesagt, dass die Botschaft aktiv weggeschaut hat, dass diese Informationen da waren, dass man wusste, was passiert, der politische Wille aber nicht da war, etwas gegen diesen Völkermord zu unternehmen. Und ich glaube, das ist deswegen besonders interessant, jetzt auch anzugucken, weil die GTZ heutzutage kooperiert zum Beispiel mit Eritrea, mit Sudan. Der sudanesische Diktator, der wird vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht und die GIZ, die kooperiert aber mit ihm. Das läuft unter dem Stichwort der Grenzsicherung, also um Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Europa zu kommen, wird mit dem Sudan unter anderem kooperiert und das vor dem Hintergrund, dass Deutschland schon vor 20 Jahren seine Pflicht da vernachlässigt hat. Etwas gegen Menschenrechtsverbrechen zu tun. Ja, kleine Zeitnote dazu. Wieso wird das jetzt erst veröffentlicht? Wieso nicht schon vor 20 Jahren? Die GIZ und das Entwicklungshilfeministerium hatten natürlich kein Interesse daran, diese Information zu veröffentlichen. Und relativ früh haben auch Journalisten eigentlich dieses Gutachten bekommen. Sie haben es aber nicht veröffentlicht. Sie haben daraus zitiert, sie haben darüber geschrieben, haben das insgesamt 150-seitige Gutachten aber nicht selbst veröffentlicht. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass zwar das Informationsfreiheitsgesetz genutzt wird, auch von immer mehr Journalisten genutzt wird, dann aber die Originale, die da bekommen werden, nicht dazu veröffentlicht werden. Und ich glaube, es hätte viel gebracht, wenn wir schon vor 20 Jahren diesen Bericht gehabt hätten, damit sich auch die Öffentlichkeit insgesamt ein besseres Bild davon machen kann. Und jetzt, naja, sind wir ein paar Jahre später dran. Ihr könnt es euch jetzt alle nachlesen. Und damit kommen wir dann auch schon gleich zu Akte 2. Nach der Revolution kommt nämlich immer die Ernüchterung. Die Revolution stand am Anfang, das IFG. Dann kamen aber Schritt für Schritt kleinere Sachen dazu. Die Animation habe ich selbst gemacht übrigens. Zum Beispiel zur inneren und öffentlichen Sicherheit. Ein Ausnahmetatbestand. Informationen müssen nicht herausgegeben werden, wenn sie nachteilig sind für die innere und öffentliche Sicherheit. Und wenn man sich in der Praxis mal ansieht, wie Behörden das interpretieren, dann kann das wirklich alles sein. Dann kann auch die Herausgabe eines Namens von einer Sachbearbeiterin schon unter die innere Sicherheit fallen. Oder die VS-Anordnung, also die Anordnung zu Verschlusssachen. Wenn etwas als Verschlusssache klassifiziert ist, muss es nicht herausgegeben werden. Wenn man sich aber mal anguckt, wie solche Verschlusssachen in Behörden teilweise vergeben werden, das machen einfach Bearbeiter, packen einfach mal grundsätzlich so eine Verschlusssache auf ein Dokument. Manchmal packen sie auch so eine Verschlusssache auf ein Dokument, wenn es angefragt wird. Und dann müssen sie es nicht mal rausgeben. Und ein ziemlich großer Punkt, deswegen habe ich ihn größer geschrieben, sind die Gebühren. Grundsätzlich ist es in Deutschland möglich für Behörden, für umfangreichere Anfragen Gebühren zu nehmen. Und das ist international ein ziemliches Unikum. Also Deutschland ist das einzige Land in Europa, wo regelmäßig für solche Anfragen Gebühren vergeben werden. Und das treibt teilweise kuriose Ausmaße. Vor allem hier, hier in Berlin. Das ist zum Beispiel eine Anfrage an die Berliner Polizei, die immer besonders vorne dabei ist, wenn es um Gebühren geht. Eine Amthandlung würde einen Verwaltungsaufwand zur Vorbereitung der Auskunft von 0,25 Stunden verursachen. Also eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde, dafür würden 13,94 Euro erhoben werden. Und das würde man dann per E-Mail zuschicken. Und die E-Mail kostet dann nochmal einen Euro dazu. Das Problem ist, dass das legal ist. Wenn man sich nämlich ins Berliner Informationsfreiheitsgesetz reinguckt, steht da drin, das ist von 1998, das muss man dazu sagen, dieses Gesetz. Und da steht drin, dass für die Übermittlung von etwas per Post nichts als Gebühr erhoben werden kann. Wenn es aber per E-Mail ist, dann kostet das ein bis zwei Euro. Es sei denn, man schickt Dateien mit, die man noch vorher verändert hat. Dann kann es bis 13 Euro kosten. Und das führt dazu, dass die Polizei, die Berliner Polizei, wenn sie etwas zuschickt, regelmäßig den Anhang von der PDF wegnimmt zum Beispiel, dann sagen sie, ja, wir haben die Datei verändern müssen, kostet jetzt 13 Euro, das per E-Mail zuzusenden. Und im Bundesinformationsfreiheitsgesetz, genauso wie im Berliner, steht drin, dass Gebühren nicht abschrecken dürfen. Man darf nicht Gebühren erheben, um dann Leute vom Informationszugang auszuschließen. Aber wenn wir uns die Praxis angucken, wenn wir uns die Anfragen angucken, die überfragt den Staat zum Beispiel an Behörden gestellt werden, dann sehen wir, dass mehr als 80 Prozent aller Anfragen, in denen Gebühren erhoben werden sollen, danach zurückgezogen werden. Das heißt, faktisch passiert das. Gebühren schrecken Menschen vom Informationszugang ab. Und das natürlich dann vor allem Leute, die nicht viel Geld haben. Wir sehen zum Beispiel viele Schüler, Schülerinnen, die Anfragen an ihre Schulen stellen. Dann kommt eine Gebührenmahnung dazu. Die werden natürlich nie wieder nachfragen. Deswegen müssen die Gebühren zum Beispiel abgeschafft werden. Die Revolution, die wurde aber noch ein bisschen kleiner, zum Beispiel durch Fristen. Es gibt Fristen in den Informationsfreiheitsgesetzen, nach denen Behörden innerhalb eines Monats zu antworten haben, sogar unverzüglich zu antworten haben. Das Problem ist nur, wenn sie das nicht tun, passiert nichts. Und wir haben mal eine Statistik letztes Jahr, nee, dieses Jahr darüber erstellt, wie lange Bundesministerien brauchen im Schnitt, um auf Anfragen zu antworten. Und es gibt gerade mal von 14 Bundesministerien zwei Ministerien, die im Schnitt einen Monat oder weniger brauchen. Das heißt, alle überziehen diese Frist. Und das ist ein Riesenproblem, weil es keine Sanktionen dafür gibt, wenn das nicht passiert. Das heißt, Behörden sind dazu angehalten und müssen nach dem Gesetz auch innerhalb von einem Monat antworten. Aber wenn sie es nicht tun, tun sie es eben nicht. Die Datenschutzbeauftragte ist dazugekommen. Die hat leider auch keine Sanktionsmächte, die auf Bundesebene genauso wie auf Landesebene die Landesdatenschutzbeauftragten. Die sind zwar dazu da, zu kontrollieren, können aber effektiv nicht viel tun, weil sie nur beanstanden dürfen, aber keine Sanktionen vergeben. Das ist auch anders in den meisten anderen Ländern, wo es so ein Gesetz gibt. Und ganz groß, und das ist ja auch ein Thema, was uns übers Wochenende schon begleitet, es gibt Ausnahmen für Geheimdienste. Deswegen sind auch nicht alle Behörden anfragbar. Der MAD, der BND und der Verfassungsschutz, die sind ausgenommen vom Gesetz. Das heißt, bei denen kann man grundsätzlich schon mal nicht nachfragen. Das stimmt nicht ganz, man kann nachfragen, aber es ist die Frage, ob sie dann auch antworten. Und vor allem der Bundesnachrichtendienst tut sich daher vor. Der ist nämlich nicht nur ausgenommen vom Informationsfreiheitsgesetz, der will sich jetzt auch ausnehmen lassen vom Bundesarchivgesetz. Das Bundesarchivgesetz steht derzeit vor einer Reform. Es gibt schon einen Gesetzentwurf, der in zwei Wochen im Bundestag beschlossen werden soll. Und in diesem Gesetzentwurf steht drin, dass auch alle Archivakten, die beim Bundesnachrichtendienst bisher liegen, die zum Bundesarchiv übergeben werden müssten, in Zukunft nicht mehr übergeben werden müssen, sofern der Bundesnachrichtendienst dagegen ist. Und jeder, der mal ein bisschen was gelesen hat über den BND, weiß, dass damit natürlich der BND sämtliche Aufklärung über sämtliche Skandale, die er so hat und hatte, nicht nur in der Jetztzeit, sondern auch in der Zukunft unterbinden wird. Man kann eine lange Liste machen von Skandalen, die durch diese Gesetzesänderungen jetzt nicht mehr aufgeklärt werden würden. Der BND hatte irgendwas zu tun mit dem Oktoberfestattentat. Die haben garantiert Akten über die Spiegelaffäre, alle möglichen NSA und so weiter Affären, die werden nicht nur jetzt nicht aufgeklärt werden, sondern wenn dieses Archivgesetz in der Reform durchkommt, für keine Zeiten, solange die Bundesrepublik existiert. Und damit haben wir noch mehr. Es wird ein bisschen viel. Wir haben das Urheberrecht noch, wir haben Identitätsnachweise in Bremen und Rheinland-Pfalz, da kann man keine anonymen Anfragen mehr stellen und wir sehen allmählich wird die Revolution ziemlich klein, weil auch die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse noch reingekommen sind. Im Gesetz, im Bundesgesetz steht nämlich drin, wenn in Dokumenten, wenn Informationen da drinstehen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betreffen, dann müssen Infos nicht herausgegeben werden. Und das bedeutet in der Praxis, dass immer wenn Unternehmen irgendwelche Informationen zum Beispiel in Verträgen drin haben, die sie nicht publiziert haben wollen, sie sich auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen und dann gibt es keine Möglichkeit, das abzuschmettern. Man müsste dann beweisen, dass es keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind. Das ist aber nicht so leicht und das führt in der Konsequenz dann zum Beispiel zu sowas. Das ist eine Antwort, die die Deutsche Umwelthilfe bekommen hat für eine Anfrage nach dem Volkswagen-Skandal. Das sind nur die ersten 300 Seiten von 600 Seiten, die sie da bekommen haben. Die zweiten 300 sehen nicht besser aus als das. Ich hatte eigentlich mal vor, das mal bei einer Party so als Stroboskoplicht oder so zu benutzen. Mal gucken, was wir damit machen. Ganz konkret bedeutet das, wenn irgendwo Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wie bei Volkswagen vorliegen, also da hat ein Unternehmen systematisch betrogen über Jahre, dann wird das nicht an die Öffentlichkeit kommen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, weil gesagt wird, das öffentliche Interesse hier ist nicht so wichtig wie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wenn das öffentlich würde, dann gäbe es ja weitere wirtschaftliche Nachteile für Volkswagen. Das können wir nicht verantworten und deswegen gibt es hier keine Aufklärung. Wir haben daraus ein bisschen was anderes gemacht. Wir haben auch eine Antwort bekommen vom Wirtschaftsministerium. Das ist Seite 6 von dieser Antwort zu Volkswagen und wir haben uns gedacht, wir machen ein bisschen Kunst daraus. Wir haben eine limitierte Volkswagen-Edition unter diesem Titel gestartet. Wenn ihr daran Interesse habt, wenn ihr Fördermitglied werdet von Frag den Staat, könnt ihr so eine Edition bekommen. Ich habe die Adresse nicht draufgeschrieben, aber es ist 0000.limited. Da könnt ihr euch diese Kunstedition mal ansehen. Genau, dann um den Schluss der Ernüchterung noch perfekt zu machen. Das ist die Langkarte der Informationsfreiheit in Deutschland und man sieht da noch vier ziemlich große rote Nicht-IFG-Flecken. In Niedersachsen, Hessen, Sachsen und natürlich auch in Bayern gibt es kein eigenes Informationsfreiheitsgesetz. Das bedeutet, alle Bundesbehörden müssen nach dem IFG Auskunft geben. Alle Behörden in zwölf Bundesländern müssen Auskunft geben. Nur Niedersachsen, Sachsen, Hessen und Bayern folgen diesem Recht nicht. Ein Recht übrigens, das inzwischen von den Vereinten Nationen als Jahrhundertziel angegeben ist, Zugang zu staatlichen Informationen. Die Bayern haben weiterhin was dagegen. Und damit kommen wir zu Akte 3. Recht und Ordnung. Das ist das, was wir brauchen. Es wird die ganze Zeit in diesem Diskurs gesagt, dass wir einen Kulturwandel brauchen in Politik und Verwaltung. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat dieses Jahr bei einem Symposium gesagt, dass Informationsfreiheitsgesetz ist in der Verwaltung angekommen. Und das mag ja alles stimmen und das mag ja auch alles wichtig sein, aber ich glaube, das ist ein grundfalscher Ansatz bei diesem Thema. Was wir brauchen, ist, dass sich Politik und Verwaltung an die Gesetze halten. Also wir haben seit zehn Jahren ein Informationsfreiheitsgesetz und viele Behörden halten sich nicht dran. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie es da einen Kulturwandel geben muss oder es allmählich ankommen muss. Es ist ein Gesetz und das muss befolgt werden. Wenn es eine Steuerreform gibt und ein neues Steuergesetz, dann sagt man ja auch nicht, wir brauchen jetzt einen Kulturwandel in der Bevölkerung und nach zehn Jahren gucken wir, ob alle richtig Steuern zahlen. Sondern wir haben das Gesetz und das muss befolgt werden. Und das wird derzeit einfach nicht gut befolgt. Vor allem, weil es diese Einstellung gibt. Not in my backyard. NIMBY. Alle finden Informationsfreiheit und Transparenz toll. Es sei denn, es betrifft sie selbst. Und ganz vorne dabei sind natürlich die Landtage. Vor allem der, das ist jetzt nicht der Landtag, der Bundestag zum Beispiel. Der Bundestag hat sich über Jahre, und da kommen wir jetzt gleich zu Guttenberg damit, der Bundestag hat sich über Jahre dagegen gewehrt, dass er mit seinem wissenschaftlichen Dienst Auskunft geben muss. Dass also der wissenschaftliche Dienst alle Gutachten, die er so erstellt im Bundestag, herausgeben muss. Und das waren über Jahre Tausende und Abertausende von Gutachten. Der Bundestag, der publiziert oder hat ganz lange nicht publiziert, zu was er so gearbeitet hat. Und das ist wirklich alles. Also alle Abgeordneten des Bundestages können zum wissenschaftlichen Dienst hingehen und können sagen, macht mir mal bitte eine Ausarbeitung 20 Seiten, 60 Seiten zu Menschenrechtssituationen in China. Oder Finanzpolitik in Berlin seit den 80ern. Oder zum Beispiel Verfassungspolitik in den USA. Das war nämlich ein Gutachten, das der eben Besprochene gemacht hat. Und da kommen wir dann gleich zu. Weil das Bundesverwaltungsgericht letztes Jahr entschieden hat, dass all diese Gutachten herausgegeben werden müssen. All diese Gutachten, die der Bundestag über Jahre nicht herausgeben wollte, mussten nach diesem Gutachten nun auf Einzelantrag herausgegeben werden. Und das liegt vor allem an zwei Klägern. Zum einen liegt das an ein paar Exopolitikern, die unbedingt ein bestimmtes Gutachten haben wollten und deswegen über drei Instanzen gezogen sind und das dann letztlich bekommen haben. Nämlich das hier, das sogenannte UFO-Gutachten. Die Suche nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der VN-Resolution und so weiter. Ein zehnseitiges Gutachten mit leider wenig neuen Erkenntnissen darüber, wie die Bundesregierung mit UFOs umgeht. Erfolgreich durchgeklagt muss der Einzelnen herausgegeben werden. Interessanter noch, und damit kommen wir jetzt endlich zu dem Herren hier, ist, dass Herz Gutenberg für seine Doktorarbeit nicht nur bei ganz vielen verschiedenen Stellen plagiiert hat, sondern auch im eigenen Haus. Der ist nämlich zum wissenschaftlichen Dienst gegangen und hat denen Ausarbeitung in Auftrag gegeben, aus denen er dann selbst kopiert hat für seine Doktorarbeit. Und da wollte Manuel Bevarda von der Welt wissen, was denn genau diese Gutachten waren und ist deswegen auch vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen, das dann letztlich gesagt hat, die müssen rausgegeben werden. Und damit waren wir dann vor einer Situation, wo wir uns dachten, okay, einzelne Gutachten müssen auf Anfrage herausgegeben werden. Dann sind wir zum Bundestag gegangen und haben gesagt, wenn die eh schon einzeln herausgegeben werden müssen und ihr habt Tausende davon, dann wäre es ja doch das einfache, das logische, dass ihr jetzt von euch alleine all diese Gutachten aktiv publiziert. Wir helfen euch auch dabei, das bereitzustellen. Wir haben da so ein paar Tools für. Und der Bundestag hat gesagt, vielen Dank für Ihr Angebot. Don't call us, we call you. Und das haben sie natürlich nie gemacht. Das heißt, wir müssen ein bisschen umdenken. Was können wir tun, damit der Bundestag die einzelnen Gutachten herausgibt? Haben also eine Liste bekommen, zusammen mit unserem Partner Abgeordnetenwatch von 5000 Titeln, die der Bundestag mit seinem wissenschaftlichen Dienst in den letzten Jahren erstellt hat. Haben die in eine Datenbank geschmissen und haben die dann verbunden mit Frag den Staat und haben es möglich gemacht, einzelne Titel zu suchen über eine Datenbank und die dann einzeln abzufragen. Das heißt, man konnte in diesen 5000 Titeln das Thema suchen, das einen besonders interessiert hat, zum Beispiel Drogenpolitik. Da gab es so sechs, sieben interessante Gutachten zu. Die konnte man dann suchen, konnte dann mit einem Klick diese Anfrage nach genau diesem Gutachten stellen. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb von zwei Wochen knapp 3000 verschiedene Anfragen beim Bundestag eingegangen sind. Und das sah dann so aus, beim Bundestag 3000 Anfragen innerhalb von zwei Wochen. Große Herausforderung von dem Bundestag, entweder 3000 Anfragen einzeln zu bescheiden und das bedeutet beim Bundestag Anfrage ausdrucken, Anfrage mit Aktenzeichen versehen, Eingangsbestätigung per Post senden, weil der Bundestag alles per Post sendet, nicht per E-Mail. Dann gucken, ob man das hat, das Gutachten dann ausdrucken, dann Bearbeiternamen schmerzen, dann zum Vorgesetzten und so weiter. Das 3000 Mal machen oder zu entscheiden, dass all diese Gutachten einfach aktiv veröffentlicht werden sollen. Und insgesamt hat es von Beginn der Kampagne bis zur Entscheidung nur drei Wochen gedauert, bis dann Bundespräsident Lammert verkündet hat, alle Gutachten, die der Bundestag in der Vergangenheit gemacht hat und alle Gutachten, die in Zukunft erstellt werden, werden aktiv veröffentlicht auf der Bundestagswebsite. Die nächste Frage ist, was kann man damit so anfangen? Die Antwort ist nicht so viel, wenn man es zumindest auf der Bundestagswebsite versucht. Die Suchfunktion ist nämlich leider nicht so gut. Der Bundestag hat gerade seine Website gelauncht für 400.000 Euro, aber da zu versuchen, mal ein Gutachten zu bekommen mit der Suchfunktion, das ist nicht so leicht. Deswegen haben wir ein eigenes Projekt gestartet, haben einfach mal alle Gutachten, die es so gibt, gescrapt und auf sehrgutachten.de veröffentlicht. Und da kann man jetzt alle Gutachten nicht nur als PDF sehen, sondern automatisch generiert auch als TXT und als JSON-Datei, kann im Text, im Fließtext suchen, was man beim Bundestag nicht machen kann, und kann darüber dann interessante Gutachten rausfinden, zum Beispiel das Nacktbaden-Gutachten. Geht mal später auf sehrgutachten.de und gebt Nacktbaden an. Es ist ein sehr interessantes Gutachten. Oder, ja, erzähle ich noch mehr darüber? Nee, geht mal auf sehrgutachten.de und guckt euch das selbst an. Nacktbaden. Und jetzt haben wir diese technische Infrastruktur. Jetzt haben wir dieses Tool, mit dem wir Listen einfügen können und massenhaft Anfragen stellen können an Behörden. Und ich glaube, das stärkt unsere Verhandlungsposition mit Behörden ziemlich, weil wir jetzt zu Behörden gehen können und fragen können, wollt ihr nicht diesen interessanten Datensatz, diese interessanten Dokumente, die ihr habt, veröffentlichen? Und wenn sie das nicht wollen, dann können halt alle Personen, die Interesse daran haben, etwas anfragen. Und als nächstes haben wir uns mit denen hier beschäftigt und machen das auch weiterhin. Die Jobcenter in Deutschland, die haben besonders interessante Dokumente, die auch alle herausgegeben werden müssen nach dem IFG. Und dazu zählen zum Beispiel die internen Weisungen. Alle Jobcenter haben ziemlich viel Ermessensspielraum darüber, wie sie zum Beispiel Sanktionen vergeben. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, ob ich im Jobcenter Hamburg bin oder in München oder in Sindelfingen. Das Jobcenter jeweils kann ziemlich autonom darüber entscheiden, ob es zum Beispiel Sanktionen von 0 Prozent oder von 20 Prozent für etwas vergibt. Und da ist natürlich Willkür Tor und Tür geöffnet. Und wir wollen alle Zielvereinbarungen, die das so ein bisschen auf Meta-Level regulieren und alle Weisungen aller Jobcenter in Deutschland veröffentlichen. Deswegen haben wir eine Kampagne namens Frag das Jobcenter und ich möchte euch einladen, da mitzumachen bei fragdenstaat.de slash Jobcenter. Ganz einfach vorformulierte Anfragen. Man muss sich nur ein Jobcenter raussuchen und anklicken. Ich will die Weisung haben oder ich will die Zielvereinbarung haben. Und darüber können wir dann alle Weisungen, alle Zielvereinbarungen der Deutschen Jobcenter veröffentlichen, die dann vergleichen. Wir können also sehen, wo wird besonders viel sanktioniert zum Beispiel, wo nicht. Und wir können darüber auch rechtswidrige Weisungen aufdecken. Das heißt, sehen, wo sind interne Weisungen, wo gibt es eine Praxis, die dann eventuell einfach gegen Grundrechte verstößt. Fragdenstaat.de Jobcenter. 90 Prozent aller Jobcenter sind schon angefragt. Das heißt, 10 Prozent sind noch da. Wenn wir es heute Abend geschafft haben, das wäre eigentlich sehr schön. Ich zähle auf euch. Gut. Das sind jeweils Dokumente, die herausgegeben werden müssen. Ein Problem ist natürlich, was macht man, wenn Behörden da nicht so mitmachen wollen? Und dazu haben wir ein ziemlich gutes Beispiel von der Hamburger Polizei. Da gab es 2014 eine Anfrage über Frag den Staat an die Polizei nach der Frage, ob es eine Datei zur Sportgewalt gibt. Es gibt in den meisten Polizeien, in den Landeskriminalämtern Dateien zur Sportgewalt, wo registriert wird, wer ein potenzieller Hooligan ist, wer in Verbindung stehen könnte mit radikalen Organisationen der Fußballvereine. Und das ist allein schon bürgerrechtlich ziemlich problematisch, weil da nur Verdachtsfälle gespeichert werden. Das heißt, niemand weiß wirklich, unter welchen Kriterien man darauf kommt. Niemand weiß, dass er oder sie in dieser Datei ist. Niemand weiß genau, was für Sanktionen dann vielleicht fällig werden. Und vor allem weiß niemand, wie man von so einer Datei wieder runterkommt. Und da wollte dann also ein Antragsteller über Frag den Staat wissen, gibt es in Hamburg eine Datei zur Sportgewalt? Und die Hamburger Polizei hat geantwortet nach anderthalb Monaten, Nein, so eine Datei gibt es nicht. So, hat ein Jahr gedauert, bis es dann eine kleine Anfrage gab in der Bürgerschaft in Hamburg von der Abgeordneten der Linken, die gefragt hat, gibt es in Hamburg eine Datei zur Sportgewalt? Und die Anfrage des Innensenats war dann, die Antwort war, ja, es gibt so eine Datei, die gibt es seit neun Jahren. Große Frage, was ist denn da passiert? Antragsteller fragt wieder nach bei der Polizei. Ja, hier gibt es ja die Antwort, dass es offensichtlich so eine Datei gibt. Und die Polizei antwortet ihm, der Pressesprecher antwortet ihm, ja, das war offensichtlich ein Missverständnis. Wir entschuldigen uns sehr dafür. Es gibt in Hamburg nämlich keine Sportgewalt-Datei. Es gibt nur eine Datei zur Szenen- und Gruppengewalt im Sport. Das heißt, es ist natürlich was ganz anderes. Und ich glaube, Medien würden das heutzutage postfaktisch nennen. Man kann es aber auch ganz einfach nennen, was es ist. Das ist eine Lüge. Und wir wissen, dass es eine Lüge ist, weil wir dann bei der Hamburger Polizei die interne Kommunikation lang gefordert haben zu dieser Anfrage. Das heißt, wir haben alle E-Mails bekommen, die die sich intern hin und her geschickt haben, um diese Anfrage zu beantworten. Und da steht drin, dass das eine Referat im anderen Referat steht, schreibt, hier geht es um die Datei, Szenen und Gruppengewalt. Beantwortet ihr das dann bitte? Und dann hat die Hamburger Polizei die Antragstelle einfach belohnt. Ich glaube, da ist jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde anhängig. Aber nach dem Informationsfreiheitsgesetz gibt es in solchen Fällen leider auch keine Handhabe gegen Behörden. Kleiner Nachtrag dazu. Für diese Information, diese Herausgabe der internen E-Mails dazu, wollte die Hamburger Polizei dann 120 Euro von uns. Und damit kommen wir so Richtung Schluss ein bisschen. Und damit kommen wir nochmal nach Berlin, auch wiederum zur Polizei. Rainer Rehag, hier vorne sitzt er, hat bei der Berliner Polizei wissen wollen, welche kriminalitätsbelasteten Orte es gibt in Berlin. Und ein paar detailliertere Fragen zur Bewachung und zur Einstufung der Riga Straße in Berlin gestellt. Und die Berliner Polizei hat, wie sie es immer macht, eigentlich ziemlich klar geantwortet, dass all diese Informationen man nicht herausgeben könne, weil innere Sicherheit, das hatte ich ja vorher schon gesagt, großes Thema. Und interessant ist, da dann aber nochmal ein bisschen genauer in deren Argumentation einzusteigen. Ich reiße das nur an. Aber was die Polizei, der Polizeipräsident geantwortet hat, ist, dass staatliches Handeln, insbesondere polizeiliches Handeln, nicht kalkulierbar oder voraussehbar sein darf, da sonst die Polizei Gefahren nicht abwehren kann und keine vorbeugende Strafverfolgung machen kann. Das heißt, wir haben eine Polizei, die demokratisch überprüfbar sein soll, aber argumentiert wie ein Geheimdienst. Natürlich muss staatliches Handeln kalkulierbar sein. Natürlich muss staatliches Handeln voraussehbar sein, weil das ja eine Demokratie ist. Wir müssen das ja überprüfen können. Und diese wirklich obskure Argumentation, die kann man so nicht stehen lassen. Und deswegen hat Rainer gemeinsam mit Pfiff Klage eingereicht vor dem Verwaltungsgericht gegen diesen Bescheid, damit Informationen zu den kriminalitätsbelasteten Orten herausgegeben werden. Kann man dafür noch spenden, für die Klage? Für den ersten Schritt haben wir wirklicherweise genug. Wenn man da verliert, dann kann man gerne nicht spenden. Okay, also gerade nicht spenden. Na doch, schon auch spenden grundsätzlich. Aber erste Instanz ist schon mal finanziert. Wir können gleich vielleicht in der Q&A dafür darüber noch ein bisschen mehr reden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Der richtige Schritt, um Behörden zu Recht und Ordnung zu verhelfen, ist nämlich zu klagen. Anfragen stellen, das machen wir immer mehr. Das machen immer mehr Leute über Frag den Staat. Das machen Journalisten immer mehr. Aber es ist inzwischen so ein Modus wie Wendy geworden, dass man halt eine Ablehnung kriegt und dann war es das. Und um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen wir klagen. Und das ist ziemlich einfach. Man stellt eine Anfrage, man kriegt einen Bescheid, man reicht Widerspruch ein, kriegt einen Bescheid, man klagt. Das kostet leider ein bisschen was. Aber ich glaube, wir haben da eine Lösung. Und diese Lösung, die können wir bald verkünden. In einer Woche. Haltet die Augen offen, was wir dazu machen. Aber vielleicht schon mal als Vorankündigung. Wir haben schon mal T-Shirts dazu. Wir haben ein Tour-T-Shirt. Verklagt den Staat. Ich habe mir sagen lassen, bei so Metal-Shirts muss man den Tournamen immer auf Latein haben. Erare Fragen. Und dann, wenn wir das konsequent tun, kommen wir auch wieder ein bisschen beim ursprünglichen Sinn dieses Gesetzes ein. Nämlich bei der Revolution. Dankeschön. Danke. Fragen? Ah, ja, danke. Das ist auch für die Aufsichtsbeschwerden. Für den Livestream noch mit. Bei Dienstaufsichtsbeschwerden ist natürlich so, dass da gesagt wird, ja, da gibt es so einen Spruch, glaube ich, in der Verwaltung, folgenlos, irgendwie folgenlos, sinnlos und so weiter. Aber trotzdem, ich habe auch in Schulsachen wegen meiner Kinder öfter mal Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Schulleitung und einen bestimmten Lehrer gemacht. Das macht auch erst mal ganz schön viel Wirbel und man kriegt dadurch natürlich auch Schriftverkehr. Und auf diesen Schriftverkehr, der ja dann auch gut formuliert sein muss, auch juristisch, kann man dann auch Klagen besser aufbauen, weil da nämlich die Sachverhalte schon in den Dienstaufsichtsbeschwerden sozusagen analysiert worden sind. Und dann kann man sehr schnell Widersprüche auch in diesen Dienstaufsichtsbeschwerden, also in Antworten der Verwaltung feststellen und darauf aufbauen und dann vielleicht auch Klagerelevanz oder Klageerfolgschancen abschätzen. Also Dienstaufsichtsbeschwerden kosten ja erst mal gar nichts. Und das Instrument sollte man auch schön benutzen. Zu deinem Punkt, Berliner kriminalitätsbelastete Orte, da würde ich mal anregen, da müsste man auch über Abgeordnete vielleicht anregen, dass solche Orte dann eben auch gewichtet sein sollten nach der Schadenshöhe. Denn dann würde man nämlich feststellen, dass zum Beispiel im Bankenviertel in Frankfurt oder auch in Berlin dort die Milliardenschäden entstehen der Gesellschaft. Während dort, wo also jemand schwarz fährt, da sind zwar viele Einzelpunkte, aber die fallen finanziell fast überhaupt nicht ins Gewicht, aber werden stark bestraft. Für eine Schwarzfahrt, wo du 1,40 vielleicht für eine Kurzstrecke nicht gezahlt hast, da musst du 60 Euro Strafe zahlen. Das heißt, es ist 30-fache. Aber wenn du 30 Millionen, wie zum Beispiel der Fußballer, der Typ da, hinterziehst, dann brauchst du die gleiche Summe vielleicht nur höchstens doppelt zurückzuzahlen und dann noch ein bisschen, also man sollte diese kriminalitätsbelasteten Orte dann wirklich auch gewichten und sagen, dort, wo zum Beispiel Finanztransaktionen, Deutsche Bank zum Beispiel ist ja ein Beispiel, Schwarzgeld oder ich könnte halt eine Menge Beispiele nennen, die sollten finanziell gewichtet werden. Dann würde man sagen, oha, im Bankenviertel, das sind aber richtig die kriminalitätsbelasteten Orte. Wenn du nicht so weit laufen willst, ist da, glaube ich, direkt. Ja, und zwar die Datenschutzbehörden, die auch für die Einhaltung verantwortlich sind, die müssen sich ja quasi selber überwachen, wenn man von denen etwas wissen will, was bei denen läuft. In dem Fall habe ich nämlich. Ja, das stimmt. Und was geht da? Dienstaufsichtsbeschwerde? Das ist tatsächlich problematisch. Also gewöhnlich ist der Ablauf, dass man Datenschutzbeauftragten, die auch Beauftragte sind für Informationsfreiheit, als Vermittlungsinstanz einschalten kann. Das heißt, wenn eine Frist überzogen ist oder man mit einer Antwort nicht zufrieden ist, dann kann man die einschalten und die schreiben dann nochmal die Behörde an, was durchaus was bringen kann, wenn also eine Behörde von einer anderen Behörde kontaktiert wird. Das kann ja durchaus sinnvoll sein. Die Frage ist, was will man von denen dann selbst haben? Wie antworten die? Die sind unterschiedlich auskunftsfreudig. In Brandenburg darf man sie gar nicht anfragen. Da sind sie selbst ausgenommen davon. Ich glaube auch da, wenn man dann Fälle hat, die eindeutig genug sind, hilft tatsächlich nur Klage. Das heißt, sich einen Bescheid abholen und dann dagegen verwaltungsrechtlich vorgehen. Okay, vielen Dank. Und natürlich darüber schreiben und uns Bescheid sagen und wir machen das bekannt. Unter anderem anknüpfend an den Vortrag von Gaby Weber letzten Tag, die ja sehr viel Recherchen in Archiven macht. Und als ich jetzt eben erfahren habe, dass dieses Archivgesetz, Bundesarchivgesetz quasi, dass der BND seine Dokumentation gar nicht mehr dahin geben braucht. Was können wir dagegen machen? Ja, ich glaube, Pfeffer hat diesen Paragraf zu BND die Lex Gaby Weber genannt. Also da würde ein Großteil von Gaby Wevers Arbeit tatsächlich unmöglich gemacht werden, weil Informationen des BND nicht mehr rausgegeben werden würden. Das ist noch nicht beschlossen, dieses Gesetz. Und verantwortlich dafür ist der Kulturausschuss. Und ich glaube, dass vor allem die SPD-Abgeordneten im Kulturausschuss die richtigen Adressaten sind, um zu zeigen, dass das ein Gesetz ist, das so nicht umgesetzt werden kann. Das ist unter anderem Eva Högl, die dort Mitglied ist in diesem Ausschuss, hier Berliner Abgeordnete. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, die noch mal zu kontaktieren dazu. Wunderbar. Hat noch jemand eine Frage? Der Staat hat ja ein bisschen die Tendenz, einige Tätigkeiten auszulagern. Dann sind wir da in privaten Unternehmen unterwegs und das IFG zieht gar nicht. Wie gehen wir denn damit um? Wir verändern das Gesetz. Es ist ein Riesenproblem. Die Datenschutzbeauftragten nennen das Flucht ins Privatrecht. Allein schon, wenn der Staat ein staatseigenes Unternehmen gründet, bedeutet das, dass das IFG nicht mehr automatisch zutrifft. Es ist aber nicht ganz so einfach. Solange ein Unternehmen öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben oder Hoheitsaufgaben übernimmt, also zum Beispiel Toll-Collect sammelt Maut ein im Auftrag des Staates, dann fallen auch Sie darunter. Das heißt, solange Unternehmen ganz normal als Wettbewerbsteilnehmer am Markt tätig sind, hat man über das IFG keine Chance. Wenn wir da Fehlverhalten haben, dann brauchen wir, glaube ich, einfach weiter Whistleblower. Wenn das Gesetz nicht gut genug ist, brauchen wir Whistleblower. Das ist einfach so. Aber es ist halt nicht ganz eindeutig. Also man kann nicht automatisch sagen, dass nur weil Unternehmen es nicht auskunftspflichtig ist. Es geht dann konkret um die Tätigkeit, die das Unternehmen macht. Und solange die Tätigkeit wichtig genug ist, sozusagen, mal unjuristisch formuliert, dann kommt man eventuell auch da an Infos. Gibt es da Grenzen? Also ist es eine hundertprozentige Tochter der Stadt oder der Kommune oder des Landes oder 50 Prozent etc.? Das ist unterschiedlich geregelt. Wir haben insgesamt zwölf Bundesgesetze, also zwölf Ländergesetze, ein Bundesgesetz und alle regeln das ein bisschen anders. Das Einfachste ist, über die konkrete Tätigkeit zu gehen. Also zu gucken, welche Tätigkeit betrifft das und dann zu gucken, ist das eine öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgabe. Also hier in Berlin zum Beispiel wären ganz klar die Wohnungsbaugenossenschaften, die Stadtreinigung und so weiter, die müssten eigentlich Auskunft geben. Ja, okay. Reden wir mal nur über das Gesetz jetzt erst mal. Also die eigentliche Grundlage. Die müssten Auskunft geben, also gerade die der Daseinsvorsorge. Bei den anderen wird es dann ein bisschen schwieriger. Ich nochmal. Ich bin aus Bayern und Bayern ist jetzt rot. Gucken die Bayern erst mal zu, wie sich dieses Gesetz in den anderen Ländern anlässt? Oder ist da was Konkretes in Planung? Weißt du was? Der Innenminister Herrmann hat dieses Jahr gesagt, wenn man so ein Gesetz machen würde, dann würden die ganzen Aktenberge rauskommen und das würde doch die Bevölkerung überfordern. Also das ist der Wortlaut. Die würden überfordert werden. Die wissen ja gar nicht, wie man so eine Akte anguckt und der Staat weiß da viel besser. Ja, CSU abwählen als Tipp hilft natürlich nicht viel. Ich sehe da wenig Hoffnung. Was allerdings ein Hoffnungsschimmer in Bayern ist, ist, dass es einzelne Kommunen gibt, die sich eine eigene Satzung gegeben haben. Also knapp 80 Kommunen haben für ihren Wirkungskreis eigene Informationsfreiheitssatzungen. Darunter alle großen Städte, also München, wie sie alle heißen. Ich kenne auch mehr als München, aber Ingolstadt, was weiß ich, ist Ingolstadt Bayern? Ja. Die haben eigene Satzungen, das heißt, innerhalb von deren Wirkungsbereich kommt man immer hin an was ran. Und es gibt ein Spezialgesetz, das Umweltinformationsgesetz. Und das gilt auch in Bayern. Das heißt, wenn es um Umweltinformationen geht, um Emissionen, um Baupläne und so weiter, dann greift das egal, wo man ist in Deutschland. Das geht nämlich auf EU-Recht zurück. Da können die nichts machen gehen. Ja. Beim Mieten-Volksentscheid wollten wir mal von diesen Berliner Wohngesellschaften, das sind ja sechs, das heißt sieben insgesamt, die haben ein Gutachten gemacht über ihre Möglichkeiten zur Rationalisierung und zur Synergieeffekte sozusagen innerhalb dieses Bereichs. Und das wurde auch mal in einer parlamentarischen Anfrage erwähnt. Und da habe ich versucht, dieses Gutachten mal zu bekommen, weil das ja auch eigentlich ein, dachte ich mal, öffentliches Gutachten auch öffentlich bezahlt ist. Das habe ich auch argumentiert. Ist ja vom Steuerzahler bezahlt, also müsste eigentlich auch das rausgegeben werden. Und da haben die sich darauf berufen, die Wohnungsgesellschaften stehen ja mit anderen Wohnungsanbietern in Konkurrenz und deswegen brauchen wir das nicht rausgeben und so weiter. Das läuft noch ein bisschen, aber ich glaube, dass auf dieses Argument ziehen die sich da zurück. Und das ist eben auch die Gefahr, dass weitere Teile des Staates immer mehr so gemischt werden mit privaten Teilen. Und immer wenn da private Teile, Privatkapital mit eine Rolle spielen, dann sagen die Privaten, ach nee, das dürft ihr nicht rausgeben und so weiter, das schadet uns. Da müssen wir aufpassen, wir müssen auf eine striktere Trennung von Staat und Privatkapital achten in allen Bereichen. Da stehe ich hinter. In dem konkreten Beispiel würde ich aber sagen, tatsächlich hätte man nach dem Recht wahrscheinlich wirklich das Recht auf Auskunft. Das wäre halt was, wo man dann vor Gericht ziehen müsste. Aber natürlich ist so ein Gerichtsverfahren dann langwierig. Das heißt, wenn man innerhalb von einem Monat dieses Dokument braucht und die lehnen erst mal ab, weil sie wissen, das ist zeitkritisch, dann hat man natürlich ein Problem. Aber allein schon aus Erziehungswirkung, glaube ich, ist es sinnvoll, in solchen Fällen dann vor Gericht zu ziehen. Möchte noch jemand etwas fragen oder kommentieren? Sollte man nicht über Volksentscheide, könnte man doch so ein Gesetz auch verbessern und meinetwegen auch strengere Regeln einziehen. Und so solltet ihr nicht mal überlegen, ob ihr euch nicht mit solchen Leuten wie Mietenvolksentscheid oder Volksentscheid Rett mal zusammensetzt und versucht, da laufen ja einige Initiativen. Wir haben ja überlegt, über einen Demokratievolksentscheid auch die Politikfinanzierung zu ändern, in Berlin erst mal auf Landesebene. Und über ein Volksentscheidsinstrument, denn die Politiker insgesamt, auch einige Oppositionsparteien sind ja schon sehr stark finanziert vom Staat. Also bis zu 50 Prozent kriegen ja Staatsgelder. Aber über Volksentscheide könnte man, glaube ich, eine ganze Menge Gesetze auf den Weg bringen. Deswegen zittern die Regierenden ja auch vor den Volksentscheiden so sehr. Und was sich da durchsetzt nachher, ist die Frage, auch im Bundesgebiet. Ja, mich würde interessieren, ob es vielleicht auch so eine Idee gibt oder eine Instanz, wo die ganzen Klagen irgendwie strategisch vorbereitet werden oder so, wo vielleicht auch Gelder gesammelt werden oder so, dass man so diese Bürgerrechte und so weiter sozusagen gezielter irgendwie durchsetzen kann. Ich kann dir in einer Woche mehr dazu sagen. So, letzte Gelegenheit, noch eine Frage zu stellen. Wenn nicht... Da hinten gibt es noch eine Meldung. Ah, doch, jetzt hat sich noch jemand durchgerungen. Sehr gut. Dann diese letzte Frage. Ich würde gerne wissen, was war die für dich deprimierendste Antwort? Also nicht, weil es lang gedauert hat oder weil alle Seiten geschwärzt waren, sondern einfach vom Inhalt her das deprimierendste, was ihr bekommen habt. Wie viel Zeit haben wir noch? Also, dieses wissenschaftliche Dienstgutachten, also vielleicht nicht das deprimierendste, aber das ist gerade das Aktuellste für mich. Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags muss alles herausgeben. Das Urteil habe ich genommen, bin zu allen Landtagen hingegangen, habe gesagt, ihr habt doch auch wissenschaftliche Dienste, gebt doch eure Gutachten heraus. Und so gut wie alle Landtage sagen, nein, bei uns ist es natürlich ganz anders. Die Rechtssituation, die passt bei uns nicht. Unser wissenschaftlicher Dienst, der ist ein Gutachterdienst, das ist was ganz anderes. In Rheinland-Pfalz ist es besonders extrem, die brauchen immer vier Monate für jede Antwort. Und es gibt aber eine zentrale Datenbank, wo alle Titel aller Gutachten stehen in NRW. Und da habe ich dann jeweils immer einen Titel rausgenommen, habe das angefragt in Rheinland-Pfalz und die mit dem Ziel, dass ich dann halt eine Ablehnung kriege und dann vor Gericht ziehe und das nochmal geklärt wird. Und was haben die gemacht? Die haben mir jeweils geantwortet, haben gesagt, nee, wir müssen keine Auskunft geben, aber hier ist trotzdem das Gutachten außerhalb des Verfahrens, um halt nicht ein Gerichtsverfahren zu provozieren, weil sie es mir ja gegeben haben, aber gleichzeitig das nicht geben wollen. Dann habe ich gesagt, okay, frage ich halt das Nächste an. Das Gleiche wieder, habe ich das Nächste angefragt, habe es wiederbekommen, aber keine grundsätzliche Entscheidung. Was haben die dann gemacht? Die sind zu dieser zentralen Datenbank hingegangen, haben gesagt, jetzt entfernt mal bitte alle Titel aus Rheinland-Pfalz. Das heißt, es gibt jetzt dieses Gutachten da mit 15 Bundesländern, die da alle ihre Gutachten einstellen, nur Rheinland-Pfalz nicht. Und diesen Aufwand, den die betreiben, allein nur um ein Gerichtsurteil, um dem nicht nachkommen zu müssen, das ist nun wirklich deprimierend, zumal es in Rheinland-Pfalz seit einem Jahr das Transparenzgesetz gibt, ein weiterentwickelndes Gesetz mit Bürgerbeteiligungsverfahren. Und ausgerechnet der Landtag sagt nun aber, für ihn soll das nicht gelten. Und ich glaube, das ist so der grundsätzliche Eindruck, der schon echt schlaucht auf Dauer. Okay, mit diesem etwas betrüblichen... Du hast gefragt. Schluss. Nochmal herzlichen Dank an diesen sehr informativen Vortrag von dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus